Sebastian Martin ACC bedeutet Agile Coaching & Consulting Agiles Arbeiten bedeutet für mich wertoptimiertes Arbeiten. Das heißt, ich weiß zu jeder Zeit, für wen ich etwas mache und ich prüfe regelmäßig ab, ob das, was ich mache, auch immer noch das Richtige ist. Und wenn sich rausstellt, ist es nicht das Richtige, dann ändere ich meinen Plan und versuche beim nächsten Mal wieder das Richtige zu machen. Mich inspirieren Menschen, die Bock haben, etwas zu bewegen, die offen sind für Neues. Mich inspiriert gutes Essen, neue Länder, mir inspiriert alles, was Spaß macht. Brave New Work von Aaron Dicknan Da geht es um agiles Arbeiten, Arbeiten in der Zukunft und es ist super geschrieben, leicht zu verstehen und es sollte einfach jeder gelesen haben. Wir können heute zum Beispiel Nachkommission Nachkommission von